Andreas fährt jetzt hier gerade unseren ausgewilderten Wassercamper. Wir schleichen leise, 174 Watt, haben jetzt kein Solarpanel dran, wir laden lieber Solar den zweiten Akku. Gesmo findet es wieder warm. Die 195 Watt Solartasche liegt auf und wir sind jetzt bei Werder an der Havel unterwegs und fahren jetzt eine Strecke, die für Verbrennungsmotoren gesperrt ist, die wir schon immer mal fahren wollten, an so einem alten Kolonistendorf vorbei mit Flachwasser. Das Problem ist natürlich, wir haben öfter Kraut, müssen ab und zu mal den Propeller rückwärts laufen lassen, um den Motor wieder frei zu spülen an der Antriebswelle und am Propeller. Ja, und jetzt kommt wieder ein Krautfeld, wir sehen es, da drüben ist eins, man fährt ein bisschen Slalom. Ja, das ist das Abenteuer, was man halt beim Wassercamper mit dazu braucht. Man fährt in Gebieten, wo andere nicht fahren dürfen. Die Wupplitz bei Werder, alter Fischereikiez und eine Kolonistensiedlung, wo Schweizer angesiedelt worden sind nach dem Dreißigjährigen Krieg. Ja, ein bisschen überdüngt. Stehendes Wasser hat eine geile Gegend drauf. Die Brücke haben wir unterquert. 187 Watt und der Skipper entspannt. Alles gesperrt, außer E-Motor. Wir dürfen durch, für den Wassercamper und die Propalschen. Wie heißt das da hinten? Lest? Da ist Lest. Ich denke mal, so 7, 8 Kilometer haben wir schon. Kämpfen uns gerade wieder durch Krautbänke. Kraut. Mir kraut. Na ja, dadurch, dass die Schiffe hier nicht fahren dürfen. Ja. Das macht aber nichts. Man kann also das Kraut einfach durch rücklaufen des Probellas, mal kurz rückwärts Gas geben, wieder abfangen oder rausspülen. Wenn es nicht geht, muss man halt mal kurz den Motor anheben und dann holt man es raus. Ja, wir entkrauten den Probeller. Motorvorwärtsfahrt eingestellt. Rechts kippen. Genau. Ausmachen. So, jetzt liegt da hinten. Das musst du jetzt halten. So, ups. Jetzt sind wir hier am Probeller. Haben ein bisschen Kraut. Einfach mit der Hand rausholen. Auch mal drehen die Schraube. Genau. Die Schraube drehen, dass da nichts zwischen Schraube und Gehäuse ist. Und dann einfach den Hebel wieder ziehen. Und dann senkt der Motor langsam von hell an. Perfekt. So, da kann es gehen. Ja. Fährbar. Ne? Deswegen, Bootfahren ist also eine Sportart. Hier sieht man, warum Bootfahren eine Sportart ist. Kannst du mal nicht so wackeln? Da wackelt die Kamera immer. Ne? Ja, hier haben wir einen überzeugten Motorbootfahrer. Und dann deine Meinung zu dem Fahren hier Elektrid Stritsch. Als Angler und Bootfahrer. Als Angler sehr, sehr schön. Leise vor allen Dingen. Und man kommt zumindest mal dahin, wo du sonst eigentlich mit dem Motorboot nicht hinkommst. Weil hier ist nur für Sportboote mit Nierentrieb erlaubt. Und da komme ich leider als mit einem normalen Boot mit Benzinmotor nicht hin. Und das ist natürlich hier ein Angelgebiet, wo ich sage, sensationell. Route raus. Der Spaß beginnt. Und leider habe ich mein Angelzeug nicht bei. Schade. Aber das Bootfahren macht mit dem unheimlich Spaß. Leise. Und wenn sehr die Paddler lauter sind als dieses Boot, sollte man sich überlegen, kauft man sowas oder kauft man sowas nicht. Und ich tendiere dafür, auch als Angler, würde ich kaufen. Und es macht auf jeden Fall Spaß. Ja, das ist, was diesen Raum in Berlin und Potsdam so ausmacht. Dass man in unmittelbarer Großstadt näher solche Naturrefugien hat. Und hier ist die Brücke, See. Nochmal eine Verbindung zwischen zwei Seen. Von der Wupplitz, weiß gar nicht, wie der andere heißt. Schlenitz. Schlenitzsee. Und man hat diesen unglaublichen Naturraum mitten in einem urbanen Gebiet. Die Havelsee. Ja, ich bin total fasziniert. Ich bin hier noch nie gefahren. Also man muss dazu sagen, mit Verbindungsmotor darf man hier auch nicht fahren. Wie schön. Ja, da hinten ist ein kleiner Seglerhaufen privat. Da drüben sitzt ein Kormoran oder drei Kormoraner. Einer trocknet sich gerade das Gefieder, weil Kormoraner fetten das Gefieder nicht. Das durchweicht und damit die wieder fliegen können, müssen die dann ihr Flügelwerk aufspannen und trocknen. Ja, scheinbar gibt es hier auch gut Fische. Wir haben jetzt die dritte und vierte Fischreuse passiert. Ja, geht noch was. Und jetzt kommt gleich der Schlenitzsee. Da oben haben wir einen Fischradler gehört. Da oben haben wir einen Fischradler gehört. Habe ich ihn in den Weg? Habe ich ihn in den Weg? Habe ich ihn in den Weg? Es liegen jetzt einige Kilometer Sacro-Pareza-Kanal. Wir machen also eine kleine Umfahrt. Wir haben uns mutig entschieden, das Lichtlicht satt wird. Auf den Solarpanels, die werden gut produzieren. Schauen wir mal, wie das so wird. Irgendwann müssen wir aber unbedingt einen Badestopp einlegen. Das ist nicht auszuhalten in der Hitze. Was haben wir 32 Grad angesagt? Da wird im Schatten gemessen. Wir sind in der Sonne. Wir trinken reichlich. Gizmo hat den besten Platz. Schaut aus beiden Fenstern nach links und nach rechts. Hat auch schon was zu trinken bekommen. Und wir schleichen und schleichen. Und da drüben fährt vermutlich auch ein Boot mit Dekoranten. Ein kleines offenes Boot. So, wir haben jetzt zwei Kilometer, zweieinhalb Kilometer. Ich denke mal, gleich kommt der dritte Sacro-Pareza-Kanal hinter uns. Wir sind hier gut durchgeschlichen. Wir fahren bewusst langsam, dass wir mit den 180 Watt, die wir über das Panel erzeugen und einspeisen können. Also sofort beim Akku durchladen. Ja, das läuft. Wir haben so, ich denke mal, so um die vier, fünf Kilometer, fünf Kilometer, so was haben wir drauf. Solar-Panel schafft ordentlich was rein. Vorhin ist Wasserschutzpolizei mit Blaulicht vorbeigefahren. In Ketzin ist Fischer-Fest. Jetzt kommt mal ein bisschen Welle. Da seht ihr mal, wie der Wasserkamper, deswegen habe ich die Kamera angemacht, bei Welle läuft. Und wir fahren weiter. So viel zum Thema, halte ich an die Geschwindigkeit bei Kanalfahrt. Da drüben, der macht es richtig mit dem kleinen Motorboot. Aber es ist vollkommen geschmeidig, also passiert jetzt hier nicht mehr. Jetzt kommt hier die Ankündigung von einmündenden, nachrangigen Fahrwasser. Sacro-Pareza-Kanal ist die Hauptroute, dicker dargestellt auf dem Verkehrszeichen. Und das Fahrwasser, was einmündet ist, von rechts der Havelkanal. Und links geht es in die untere Havelwasserstraße, der werden wir dann folgen. Ja, wir haben schon mal eine veritable Fahrstrecke geschafft heute. Gucken wir mal. Andreas. Und hier, was haben wir noch auf der Uhr? 187 Watt nehmen wir ab. Wir haben noch 6 Stunden 7 Ladezeit. Und wir haben den Ladestecker vom Pell angesteckt, über den MPPT-Solar-Laderein. Da sind also gerade zwei Stabel am Rücken. Da drüben sitzen die Familien Graugänse. Mit ihrer ganzen Sippschaft und bereiten Schicksal auf den herbstlichen Vogelzug vor. Gut genährt. Ja, klar zum Start. Aber was gehört zum Bootfahren? Bad geben! Ja. Wir sind jetzt hier an der Hunternhafe. Viele, viele Verleihboote, wenig eigener Boote. Wir gehen baden. Da spielt die wilde Sau. Die Havelbrücke vom westlichen Berliner Ring. Die kennt der meiste nur vom drüber fahren. Wir fahren drunter. Hier ist eine Verkehrstrennung. Unter dem einen Brückenbogen fahren die Boote hoch. Und am anderen Brückenbogen fahren die Boote runter. Also genau genommen fahren wir hoch, weil wir fahren gegen die Strömungsrichtung der Havel. Schleichen uns hier schön elektrisch durch. Und die Marina Vulkanwerft kommt auch in der erste Jachthafen. Frank Ringel mit seinen Polytechnischen Oberkenntnissen. Der Zernsee. Marina Zernsee von Allertmarin. Hafen an Hafen an Hafen. Und Trennungsgebiet zwischen Wasserschutzpolizei Brandenburg und Potsdam. Sechs Stunden. Immer noch der erste Akku. Noch eine Stunde 23 Laufzeit bei 230 Watt. Geschwindigkeit vorbei an Gizmo. Ist mit den ganzen Wellen etwa 4,8 im Augenblick. Jetzt gehen wir wieder runter. Ein bisschen Wind, ein bisschen Welle. Ja, es rollt. Wir haben jetzt noch ungefähr, hm, 3 Kilometer. 3 Kilometer. Und dann schauen wir mal, was wir heute an Tageset mal gefahren haben. Mit einem Akku. Mit einem. Hier ist er. Der Skipper. Schön rot. Die Pro Bäuschen. Spirit 1 Plus. An Solarpanel. 195 Watt. Wir werden sehen, wie weit wir gekommen sind. Hier kommt nochmal das Partyboot. Alles gut. So, nach einer Tagesfahrt von. Ja, sechs Stunden, zehn Minuten. Bis wir anlegen, etwa sechseinhalb Stunden. Und dann queren wir jetzt wieder die Eisenbahnbrücke bei Werder. Ja. Andreas hat sich ein bisschen einen roten Teint auf die Beine gelegt. Ach, da ist er. Da ist er. Nicht nur auf die Beine. Wir fahren immer noch mit dem ersten Akku. Haben jetzt ungefähr noch ein Drittel drin. Bis zum Anlegen reicht das. Das sind noch ein paar Minuten. Haben momentan 230 Watt angespannt. Die Fahrstrecke ermitteln wir nachher noch. Die teilen wir dann mit. Und es geht rein auf den Feierabend. Von den vielen Segelbooten, die wir heute gesehen haben, ist das das erste unter Segeln. Die anderen waren alle unter Motor. Voraus die Insel Stadt Werder. Und noch schwimmendes Kraut. Fahren wir Richtung Talben, da wird es frei. Also unglaublich viel Wasserpest, die sich hier losgerissen hat und noch treibt. Ja, und hier im Bereich Innenstadt Werder haben wir ein bisschen Cyanobakterien und Grünalgen. Da drüben ist die Marina Vulcan Werft Gegenlicht. Da lag ich auch schon mal mit einem unserer Boote, MC Werder. Und da vorne bei Unruhmarine, da legen wir an. Da wo das Hausboot steht. Ja, soweit für jetzt. Hier nochmal die Silhouette von Werder.